... ähm, ja. ... poltert. Warum ich da wieder so ein... Brauche ich keinen. Da drin ist genug. So viel haben wir nie. Aber vielleicht bald, weil es gibt ja ein alternatives Rezept. Warte mal, das gucke ich mir gerade nochmal an. Alu. Ja, da. Kupfer und Dingens. Im Fabrikator. Total toll. Das bauen wir nächstes Mal. Dann haben wir endlich genug von den Dingern und können dann... Ähm... Ah, da ist er gut. Ich stelle mich an dieses Ende. Und dass wir, wenn er losfährt, einen Blick erhaschen können. So, was kommt jetzt? Da müsste jetzt eigentlich zwei Sachen kommen. Warum nicht? Plastik ist voll. Was ist denn das da? Okay, kann ich nicht machen? Ah, fuck. So, siehst du mal? Ich wusste auch, dass irgendwas verkehrt ist. Das schauen wir uns jetzt kurz nochmal an. Es ist dauernd irgendwas zu optimieren. Ich werde das so durch optimieren, bis ich die Atomkraft mache. Weil die mache ich nur als Kompletionist, weil ich bin eigentlich zufrieden. Ich habe das, was ich haben wollte eigentlich im Staat. Die goldene Tasse brauche ich nicht. Und Atomkraft ist mir hoch zufrieden. Und das ist jetzt kein politisches Statement, sondern ich mag es halt nicht, wenn es strahlt. Das ist halt ja... Also, im wahren Leben war ich lange das hat sogar große Befürworter der Atomkraft. Aber ich finde dieses zusätzliche Risiko und dann entweder... Entweder... Jetpack oder Strahlenschutz. Muss dir klar sein, das gefällt mir nicht. Und jetzt müssen wir hier natürlich nochmal gucken, was ist groß. Wo hängt es schon wieder? Ich kann es mir vorstellen, da ist wieder irgendwo... Entweder irgendwo... Entweder zum Staub. Das schauen wir noch. Und dann sind wir für diesen Monat auch schon wieder drin. So würde das gut. Und dann können wir im Prinzip abrollen. Ab. So. Ah, jetzt. So. Okay. Genau da kommt nichts. Warum kommt da nichts? Weil wahrscheinlich die gesamte Produktion wieder stillsteht. Und dieses Trauerspiel schauen wir uns an. Hier ist... Ja. Habe ich was gesagt? Nächstes. Das geht jetzt wieder los. Gut. Aber wir haben wieder hier... Ne? Dieses da. Okay. Das ist ein Fusionator. Den gibt es nicht in Intelligent. Warte mal. Aber mit einem intelligenten Splitter. Das ist doch die endgültige Lösung, oder? Das hier ist ja sowieso immer voll. Wir nehmen das mal. So. Lass mal gerade überlegen. Das geht da rein. Wir haben jetzt hier natürlich keinen Platz dafür. Das geht da rein. So. Was wir machen könnten. Wo bauen wir denn am besten hin? Das läuft jetzt noch. Hier wäre gut, wenn wir Platz hätten. Können wir hier irgendwie Foundations bauen? Ja. Zwei Stück. Können wir auch drei bauen? Ja. So. Dann machen wir ganz kurz mal hier. Dieses da. Dann bauen wir hier erst mal noch mal einen Industriecontainer. Da hin. Den verbinden wir natürlich da mit. Das ist ja klar. Zack. So. Dann. Machen wir. Da. Ähm. Das funktioniert nicht. Können wir da einen... Das könnte... Warte mal. Jetzt muss es kurz wieder stehen bleiben. Das macht aber nichts. Okay. Das ist die Frage. Hallo. Das geht. Das ist die andere Frage. Ob das geht. Das geht natürlich nicht. Muss auch gar nicht. Okay. Das reicht ja, wenn es da herkommt. Und geht. Dann wird der programmiert. Mittlerer Eingang. Natürlich. Egal. Nein. Es geht um den... ...linken Eingang. Überschuss. Überschuss. Da binden wir jetzt mal was an. Zack. Bis wir irgendwo Platz haben. Ist ja egal wo. Da hin. Dann bauen wir hier... ...den Schredder hin. Egal wo wir den hinstellen. Es ist egal wo der steht. Hauptsache ist... ...wir haben genug Kabel. Mhm. Wieso habe ich kein Kabel dabei? Ich glaube es nicht. Aber wenn wir irgendwas hier in diesen drei Boxen haben... ...das wir unbedingt brauchen... ...ist es natürlich Kabel. Ja. Das sind ja drei Vorratsboxen mit allem möglichen. Und da ist vor allen Dingen halt... ...also hier jetzt nicht klar. Ja gut. Jetzt auch nicht hier. Aber dafür ist da jetzt massenweise... ...ja. Weißt du was? Du kannst dich mal. So. Jetzt ziehe ich ja doch wieder ein bisschen. Bergbank ist richtig, ne? Ich mache jetzt ernsthaft Kabel. Wie viel brauche ich? 100? Es ist egal. So. Okay. Nochmal. Wo können wir jetzt diesen Schredder hinbauen? Nirgendwo. Natürlich nirgendwo. Hier. Wie selbst hier nicht. Boden zu steil willst du mich? Okay. Egal. Ich baue den... Wir bauen ihn da hin. So. Und schließen ihn. Einfach mal... ...da an. Dann schnappen wir uns irgendwo noch Strom. Ja, das... ...ne? Klar. So. Okay. Dann arbeiten wir genau damit. So. Jetzt schnappen wir uns, damit das Ganze ein bisschen schneller geht, noch diesen einen... Da ist eine Kiste entstanden. Da ist eine Kiste entstanden. Die will ich nicht weggeworfen haben. Da. Achso, wir müssen vorher noch schnell mal hier. Genau. Zack. Jetzt geht es natürlich, ne? Klar. Aber nicht so schnell, wie man meinen könnte. So. Und jetzt die Kiste. Dann machen wir da nochmal so viel rein. Und jetzt ist die Frage... Ah ja, jetzt steigt es langsam gut. Das ist also genau das, was passiert. So. Und jetzt haben wir hier auch... Aha, es ist mal... Jetzt ist es wieder so weit. Es ist alles aufgefüllt. Da passiert alles. Und wir bauen... Was kriegen wir hier gemacht? Da sind sie schon die ersten. So. Und hier haben wir schon wieder mal... Das Ding. Okay, warum? Weiß ich nicht. So. Ja. Was sind das da? Das sind Aluminiumbarren. Die hier nicht mehr weitergehen, weil wir ja... Also wenn wir was haben genug, dann ist es Aluminium. Und das... Das ändern wir jetzt. Die Frage ist, wo kommt... Geht denn unser Kupfer hin? Ist auch egal. Ne, ist jetzt auch wirklich egal. Ich wollte gerade diesen Kumpen Titan abbauen, weil ich schon halbwegs bei... Bei Dingens bin. Na, Subnautica Below Zero. Das haben wir ja viel zu lang eigentlich wieder. Oder wir nutzen die Zeit einfach noch. Ja. Ach, weißt du was? Wir bauen uns da einfach mal einen... Später hin. Jetzt halt eine Folge mehr. Gucken wir mal, ob wir den irgendwie... Trotz den ganzen Dingern dahin... Ja, kriegen wir. Lass mal ganz kurz gucken. Jetzt zwacken wir natürlich auch wieder massenweise Alu... Ähm, na ist es egal. So, wir bauen hier irgendwo hin. Wir bauen mal ein paar Foundations. Jetzt kommen wir mal ein bisschen strukturiert. Es ist nicht sehr strukturiert, merke ich gerade. Aber, naja. Zumindest mal können wir hier uns einen... Fabrikatorraum. Wo ist denn... Wo fehlt denn der Freiraum? Da. So, okay. Also. Zack. Hier machen wir genau das gleiche. Auch wieder gewurschtelt, aber egal. Perfekt. Auch gut. So. Ah, ich gucke mal ganz kurz, ob wir hier irgendwo Katerium haben. Ah. Ja. Natürlich in Rauen, man. Ich meine, wir haben ja hier immer genau das, was wir brauchen. Deswegen sind die Dinger ja da. Aha. Gut. Naja, egal. So. Wo haben wir Strom? Haben wir... Wo haben wir jetzt wieder Strom? Da. Äh. Hilfe. Da. Geht. So. Dann sollten wir hier dieses Ding einbauen. Das da. Jawohl. Was? Moment. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich hab doch extra. Bin ich blöd? Okay. Alles wieder abgebaut. Ich war mir sicher. Ich war mir sicher. Ich hab das denn falsch gelesen. So, nochmal. Ah, Loom. Das sind immer Barren. Ja, gut. Was wir machen können, was ist allerdings richtig, ist... Okay, das ist das eine. Da könnten wir das nochmal berüchtigen. Besser machen. Bis da. Aber jetzt... Ja, die kommen ja wieder. Und hier passiert... Was? Machen der... Macht der immer noch? Ja, noch eine Zeit lang. Bis hier. Die voll sind. Das ist... Noch ein bisschen. Aber jetzt läuft's ja wenigstens. Was ist das da? Wissen wir nicht wahrscheinlich. Ah, genau. Okay. Da haben wir einmal das da. Und da geht da unten noch ein anderes rein. Ist das richtig? Ja. Ja, es kommt alles da her. Und da könnten wir halt eben... Mit ein bisschen Kupfer... Die beiden so ein bisschen, ja. Aber da fehlt's ja auch an Aluminium Barren. Weil dem fehlt's an. Jetzt fehlt's wieder an Quarz an. Ich kotz gleich. Warum... Habe ich das mit dem... Ach genau, das ist mir ein eigenes, ne? Ich... Ähm... Ich... Ich weiß ja nicht, ne? Ja. Ja. Fast wieder voll. Das mit dem Überschuss, das war gar nicht nötig. Äh... Ja. Warte mal. Ich mach was ganz Verrücktes. Mhm. Na, passt nicht. Das wär so schön. Und hier. Können wir das... Na gut, das wird natürlich wieder... So könnte's gehen. Kriegen wir das hin? Nein. Nein. Okay. Wir basteln hier was ganz Verrücktes. So. Einfach mal da hin. So. Dann. Okay. So. Hehehe. Gut. Und was kommt jetzt? Es geht erstmal da rein. Überschuss. Wie heißt das? Wie heißt das? Oh, ich weiß es nicht mehr. Gott, da gibt's aber verschiedene Sachen. Aber ich bin nicht mehr konzentriert. Aber ich bin nicht mehr konzentriert. Deswegen wird das hier besonders witzig. Quarzsand. Und mittlerer Ausgang? Quarzsand. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Hier läuft alles. Hier läuft alles. Hier läuft alles. Wieso. Wieso stocken die hier? Wieso haben wir jetzt plötzlich zu viele davon? Es ist nicht wahr. Na komm. Mach das alle rein. Ist egal. Und das da. Ist jetzt besser. Ja. Jetzt wird's. Jetzt wird's. Jawohl. Okay. Jetzt hab ich's aber geschafft. Ne? Das sind jetzt nochmal fünf Folgen. Und damit... Jo. Passt. Alles klar. Ich bedanke mich dann nochmal fürs Zuschauen. Macht's auf jeden Fall gut. Und bis zum nächsten Mal. Im November? Ich weiß gar nicht. Naja, okay. Ciao.